So Freunde, Willkommen in den nächsten Metal Gear Solid Part. Jetzt gerade mal überlegen, wer Fatman besiegt und müssen jetzt hier irgendwie nach Shell 1. Präsidenten retten und so weiter und so fort. Am liebsten hätte ich jetzt nochmal eine kurze Übersicht vom Colonel hier. Ja. Okay, das war sehr ausführlich. Gut, hatte ich eh vorgehabt, dass wir nochmal ins Warenhaus gehen. Nicht nur wegen der AKs, wusste ich jetzt gar nicht, dass sie dort zu finden ist, aber macht die irgendwie Sinn. Vielleicht finden wir auch noch einen Schalldämpfer. Das wäre natürlich echt geil, weil den kann ich tierisch gut gebrauchen. Ach, Nacht. Das ist die Frage. Habe ich euch hier schon? Habe ich dich jetzt oder noch nicht? Nee, dich habe ich noch nicht. Warum kam jetzt hier Chris Karma? So, alle drei pennen. Jetzt will ich zuerst diese dreckigen Kameras ausschalten, die mich so oft schon entdeckt haben. Scheißdinger. Und dann hier die Leute aufwecken. Du bist bestimmt ein ganz harter Hund, ne? Ja, bist du. Ähm. Nachti. Shit. Oh, shit, 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 shit. Du musst dich verstecken. Lol, die kommen von oben von der Treppe oder wie? Ich lege mich wohl besser hin. Ich muss noch nicht. Oh, please. Okay, immerhin haben wir den einen. Kann ich hier noch ein bisschen was aus dem Ritten schütteln? Nee, ne? Du lässt nichts fallen. So. Also, dich habe ich. Genau. Du bist der Chris Karma oder wie? Jo, dich habe ich schon. Sehr gut. Nachti. Oh. Der ist ja wieder wach. Habe ich ja ganz vergessen. Habe ich ja ganz vergessen. Scheiße. Alter, wie schnell wachst denn du auf? Was ist going on? Respond. In any case, you're ready to have ceased. Very open investigation of the... Jetzt kommen die nochmal. Oh, das hier ist ein Scheißraum, ganz ehrlich. Ich werde jetzt schon nicht aufwachen. Habe ich ihn erwischt? Jo. Komm mal mit. Du liegst ungünstig. Das geht echt schnell. Wahnsinn mit dem Spray. Komm, komm, komm. Das Ding raus. Endlich. Habe ich jetzt hier alle? Dich habe ich, dich habe ich. Und dich habe ich. Geil. Kann ich mich verpissen. Tschüss. Oh, endlich. Nice. Oh, shit. Das ist ja so ein blödes Ding. Hört sich aber so an, als würde er wieder wegfliegen. Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Ah, okay. Jetzt interessiert es mich erstmal, ob hier wieder Minen liegen. Wozu habe ich denn eigentlich dieses Ding? Wibrationsfunktion zum Empfang von E-Mails. Ganz toll. Ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, ja, den Sensor. Warte mal. Minen-Detektor? Nee, scheint alles ruhig zu sein. Ach, da ist auch so eine Töle. Dümpelgranate. 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 Ganz einfach. Puh. Oh, hier habe ich auch noch keinen Schwanz. Oh, shit. Oh, kacke. Oh, und die halten auch Bericht. Der Schalter ist bestimmt unten. Ähm. Hallo? Ich dachte immer, im ersten Bereich ist man sicher. Na toll. Das ist ja jetzt kacke. Oh, scheiße, Mann. Das ist ja richtig Müll. Was ne Scheiße. Oh, was ist schon mal da. Los geht's. Nichts hier. Scheiße, Mann! Hier ist ja die Hölle los. Die Situation ist normal. Oh Gott! Halleluja! Oh, da ist die AK. Was ist denn jetzt los? Ich werde ja ganz paranoid. Es sieht aus, wie du einen AK hast. Wenn du einen Fehlabend ausfällst und einen AK tragen möchtest, kannst du für einen von ihnen passen. Hör auf, Kind, und nicht vergessen. Nur die Gäste in Shell-1s-Kore sind mit AK-Rifeln armiert. Die anderen sind mit dem AN-94, der offiziellen Rifel der russischen Armee. Wenn du dich als ein Fehlabend hast, möchtest du nicht einen AK-Rifeln aus dem Shell-1s-Kore. Naja, auch ein bisschen zu einfach, oder? Hier scheint niemand drin zu sein. Gott, hier bin ich begrenzt sicher. Hier liegt M4. Okay, so kommen. AK-Monet. Ist gut. AK. Mehr AK. Ah, geil. Ah, die macht natürlich Krach ohne Ende. Die kannst du mal nicht so eben abfeuern. Es scheint hier der Waffenschrank zu sein. Was liegen hier denn? Granatwerfer. Geil. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus, ohne entdeckt zu werden? Haha. Super. Ganz toll. Ja, ja, super. Den muss ich eh nie. Oh. Did you hear something? Hm. Freeze. No. Freeze. So, Nummer 1. Lässt natürlich nichts liegen. Okay. Das ist Wasser. Nothing here. Who's that? Enemy cycle. What's going on? Respond. Kommunikation restrictive assist. Carry out an investigation immediately. The situation is normal. All clear. Nothing was wrong. Pssst. Pssst. Okay. Who is this? Pssst. Pssst. Da. So come suppress. So Dings da. Das Ding hab ich gesucht. Oh Gott. Wie komm ich da hin? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Das Ding suche ich doch schon die ganze Zeit. Und jetzt komm ich hier nicht mehr raus. Ich komm hier nicht raus. Was? Gott ist das ein Scheißloch. Ich weiß nicht wann die wo sind. Und wie ich raus gucken kann ey. Jetzt haben die auch noch Alarm geschlagen hier. Ich pack es nicht. Ich pack es nicht. Hä? Unabelt zu finden den ableiten Soldaten. Nichts anderes zu reporten. Kein Zeichen eines missingen Mannes. Alles ist zu sehen. Er liegt direkt vor euch. Oh Mann. Das ist echt ein Kackraum. Ich mach ja mal einen kurzen taktischen Schnitt. Ich mach ja mal einen kurzen taktischen Schnitt.